Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sensuopard mit Isak LP gar nicht wahr ok ohne Isak LP mit was hast du denn jetzt? wie heiße ich denn? bei mir steht nur bei mir heißt sie jetzt es ist weil ich diese komische Schrift habe als Name muss nein okay Komm mit. Okay. Ups. Och, Mann. Lol, ihr müsst doch nicht gleich alle wegrünen. Familienauto. Mit roter Innenausstattung. Nice, passt zu meinem Pulli. So, was machen wir, machen wir, machen wir? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Weißt du, was ich machen will? Was denn? Ich will mich umziehen. Wo kann man sich gut umziehen? Ey! Ich war gerade auf dem GPS, du Ding. Ich hatte jetzt schon Angst, dass der einfach mit mir wegfährt. Je, hast du gut gemacht. Bargeldlieferung. Ey! Mann. Äh, wir haben da was am Arsch hängen. Jetzt nicht mehr. Ach, das war gar nicht am Arsch. Das war am P, sage ich nicht. Ich weiß, wo wir hinfahren. Wohin? Wir sind gleich da. Moment. Ich fahre mit Tempomat. Das ist ja ein Opernauto. Jetzt, jetzt, warte. Ich überhole ihn. Oh, ich will doch nur. Wart auf mir. Leil. Der Tempomat drin ist, bleibt er eigentlich drin? Äh, ja. Solange bis man ein STRG. Tschüss. Achso. Ey, wo bist du jetzt? Ich bin im Kaffenladen. Darf ich mit? Ja. Aber Leute, jetzt kommt man weiter rein. So. Jetzt will ich erstmal Waffen upgraden. Ja, das muss ich, ich auch. Das habe ich voll. Äh, das habe ich voll. Das Stuckgewehr muss ich machen. Das habe ich voll. Das Stuckgewehr, ist das cool, wenn es geupgradet ist? Pff, das weiß ich jetzt noch nicht. Und die Stuckschrottflinte mache ich auch gleich mal. Oh, die muss ich... Mh. Du bist eine Periner. Du bist ein Peter. Alter, die Schrotflinte ist abgegradet. Cool. Ja, das Gewehr auch. Das Stuck? Mhm. Hast du es voll geupgradet, das Stuck? Mhm. Mache ich jetzt auch gleich. Muss ich jetzt mal ein Muni kaufen. Dann will ich aber andere Waffen, dann will ich meine Schrotflinte wenigstens haben. Das ist doof, dass die tolle Schrotflinte, die mir so gefällt, äh, als Maschinengewehr eingetragen ist. Das nervt mich. Ich hält die so gern dabei. Scheiß drauf, das nehme ich jetzt auch. Stuck, 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 stuck. Stuck, stuck. Äh, Waffen kaufen, verbessern. Du siehst dämlich aus. Und du bist ein Stück. Ich meinte deine Klamotten. Soldat ist ja sowas von out. Wie geil ist das denn? Was? Das ist ja Maschinengewehr. Guck dir mal die Schrotflinte an. Alter, was die für Schaden macht. Au, 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 au. Welche Schrotflinte ist das? Die Stuckschrotflinte? Ja. Ich hab die. Oh, du Ding. Komm hoch. Hey, da ist ja so ein Teil zum Zielen. Getroffen. Immer noch getroffen. Hab getroffen. Getroffen. Das ist ja langweilig. Welche ist besser? Die Stuckschrotflinte oder die, ähm, normale? Äh. Okay, die Stuckschrotflinte. Okay. Ich hab einfach mal einen von denen über den Haufen geschossen. Guck mal, da liegt er. Ach so, ich will mir noch was kaufen. Das ist wieder so ein Kaufpart hier, ey. Ich hab den verlassen. Ach, kann ich das noch nicht kaufen? Das ist aber schade. Telefon. Ich geh nicht ran. Ich auch nicht. Bin ich da? Geh du ran. Ich bin am Aufnehmen. Ich bin am Aufnehmen. Ich bin am Aufnehmen. Ich bin am Aufnehmen. Wo geh man denn heute hin? Das hast du schon mal gefragt. Ich hab immer noch keinen Plan. Ich will mich umziehen. Ich will mich nicht wohnen in den Klamotten. Dann such dir was zum Umziehen. Spring mich nicht an. Du Stück. Hey, dreh doch nicht um. Ich komme. Ich mach voll wenig Schaden. Deadmatch. So wie Jannis wollte. Hey, bleib steh. Was machst du da? Ich bin hingefallen. Bei mir warst du voll verbackt. Du hast auf der Stelle getanzt. Nimm ich mit weg, da fette Frau. Leute, wo ist ein guter Klamottenladen? Da drüben. Der fährt ja auch noch da lang. Du hast auch noch geglaubt. Für dich. In der Richtung ist wirklich klar. Ich will noch ein paar Abbiegungen machen. Ich will noch ein paar Abbiegungen machen. Jo. Gefällt mir. Lol, du legst ja los. Respekt. Ich muss abbiegen. Ich fahre mal hier durch. Und jetzt? Du gehst nie wieder raus. So. Guck mal, guck mal, da läuft das. Ich will mich hier durch. Ich will treffen können. Machst du alles kaputt. Nein, ich nicht. Doch, 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 doch. Wie für Gigabyte hast du eigentlich? Ein bisschen. Das war keine Ahnung. Frag mich das, wenn wir mit dem Paar zu Ende sind. Fertig sind, meine ich. APC, sei ruhig. Bsp. Hörst du den eigentlich? Weiß ich nicht. Ich höre meinen eigenen. Die Grafikkarten heutzutage sind zu laut. Zumindest meine. Mein Rechner ist voll leise, aber meine Grafikkarte macht laut. Meine Grafikkarte ist auch voll laut, weil ich den Überhitzungsschutz drin habe. Habe ich den auch? Hörst du, wenn er so laut ist? Na dann. Darf ich hier mal ausräumen? Ich mach's einfach. Mach, was du willst. Den Typen juckt das gar nicht. Das ist ein Arschloch. Juckt's dich jetzt? Juckt's dich? Juckt's dich? Ja, es juckt ihn. Mich juckt's. Soll ich kratzen? Nein, nein, nein. Lass die Finger vom Alarmknopf, du Penner. Ich hab nein geschafft. Nein. Oli, wir müssen hier weg. Ich hab aber gar zu tun. Finde gut, finde gut, finde gut. Ey, du. Yo, Bro, was geht ab? Da hinten ist ein Schwuler. Schwul. 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 Entschuldigung. Ist die Dose echt? Nein, die war nicht echt. Bist du echt? Ja, ich bin echt. Oh Gott. Das finde ich so gemein. Überall in dem Spiel hier findet man so coole Revolver, aber zu kaufen gibt's den nicht. Das finde ich richtig, Assi. Ich mag Revolver. Wie bei Borderlands mit Schnippermann und Revolver. Revolver? Was ist Revolver? Johnny Gat. Jetzt ist er tot. Johnny Gat. Ach Oli, du bist langweilig. Mach schneller. Mach irgendwas. Unterhalt die Leute. Lass mich jetzt gerade in Ruhe. Okay, Leute, ihr wollt Unterhaltung. Ihr kriegt Unterhaltung. Aber lass mich in Ruhe. Guck mal, ein Tintenfisch an einem... Guck mal, noch einer. Und da klebt auch einer. Ich guck mir jetzt die Tintenfische an. Ich find die voll niedlich. Keine Unterhose anziehen. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, ihr Kleinen. Ja, ihr seid niedlich. Ihr seid niedlich. Ne, seid ihr niedlich. Gott. Was denn? Die Zierer sieht grad voll aus. Ich auch. Ich mag die Tintenfische. Mach boom, boom, boom. Hey. Entschuldigung. Zum Glück war ich fertig. LOL. Oli, ist wie ein Live-Klamotten. Ja. Ich will nicht wieder in den Laden. Guck mal, weißes Auto, weißer Anzug. Mit Tintenfischen. Ih. Ih, ich mag Tintenfische. Die reden so lustig. So, jetzt können wir irgendwas machen. Äh. Nach der Bargatt. Oh, ich hab gar keine Bargatt-Bee-Fahrung bekommen. Äh. HTTP-Decker. Ach man, das wollte ich grad drücken. Hahaha. Oh, was will denn die Donut-Patrouille jetzt schon wieder? Ich weiß nicht. Warum schaue ich mich? Geh mit Kinzi oder Oleg. Na, nicht um Kurven fahren, wenn ich schieße. Ich hab Nein gesagt. Pfff. 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 Loll. Die sind exodiert. Nice. Pfff. 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 Die Mission ist cool, die ist cool. Ich weiß. Du bist bereit? Los geht's. Die macht richtig, kann ich dir jetzt schon sagen. Juck dich nicht, oder? Ich gucke. Hahaha. Da guckst du. PC ist gut. Ruhig, ruhig PC. Pustet der da drin rum, ey? Hahaha. Hahaha. Grafik hat es voll laut. Deine Mutter auch. Entschuldigung. Hahaha. Sieht hübsch aus, da will ich wohnen. Ich will auch wohnen. Let's play's machen. Ich bin in der Toilette! Ja! Hahaha. Ja! Rini! Was passiert, wenn ich krieche? Äh, kriech mal! Blablablabla. Jam, 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 jam. Ich will mal zu leid zu sein. Hui! 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 Ja! Ich bin ne Gummibuppe! Das ist krank! Oh, ich find's toll! Warum hab ich keine Waffen? Noch nicht. Oh, ich hör was Neues sein, ich hör was Neues sein! Gib mir was Neues! Gib mir Geld! Oh! Ich bin nicht näher zu Femmer! Oh! Oh! Ich bin, ich bin, ich bin irgendein Neger! WTF, wie du bist ein Neger! Ja! Ich bin Schwarz! Du bist ein erleuchteter Neger! Mega Man! Piu! Mega Man! Mega Man! Wir sind Power Ranger! Hahaha! Entschuldigung! Bau! 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 Man kann, man kann bei Mega Man, wenn man das vorher sagt, ich werde Neger was anderes verstehen! Haha! Mega Man! Hahaha! Haha! Hahaha! Tut mir leid, ich bin immer... Ich bin immer... Es ist dich! Mega, mega, mega! Es ist zwar nicht ernst gemeint, aber... Es ist... Ah! 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 Oh! Ich darf nichts mehr gegen Schwarze sagen! Warum? Ähm, ein paar Leute aus meiner Klasse, die haben mich geädetet und ich hab da zwei Schwarze drin! Hahaha! Hahaha! Ich möchte keinen Ärger haben! Hahaha! Die kennen mich nicht, oder? Kennen die mich nicht? Ne, ich glaub nicht! An sich sind das ja auch nur nette Menschen, aber wenn die reden, dann ist Schluss! Ach! Nichts! Au! Ich fliege wie Kot! Und ich seh auch so aus! Also jetzt nicht real life, ne? Hahaha! Halt die Klappe! Warte, 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 warte! Das ist ja wie im Horrorgame hier! Die spawnen ja direkt vor dir! Wie Amnesia! Ah! Hab ich's verraten? Ne, hab ich nicht! Was hast du verraten? Hahaha! Hä? War das ein Labyrinth, oder was? Ich bin draußen! Hahaha! Hab den Ausgang gefunden! Leute, hier ist ein Grabstein! Wo bist du? Da bist du! Hahaha! Verreck! Was hast du gemacht?! Ah! Oh! Ich hab' Zeit für das! Wie kann ich durch diese Scheiße? Ich bin für dich! Du erwachst und findest dich auf geilen Steinplatten wieder! Als du aussticht, bemerkst du, dass das kein Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird! Ach! Nicht kein, sondern kleine! Hö! Ich bin zu blöd zum Lesen! Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand! Was machen wir? Äh... Ich mach' ein Nickerchen! Hahaha! Ich mach' nur die Tür! Okay! Öffne die Tür! Vorsicht! Öffnest du die Tür und beginnst vorwärts zu gehen! Plötzlich stolz warst du über eine lose Bodenplatte! Du stürzt und brichst dir das Gedanke! Du hast tot! Vielen Dank fürs Spielen! Von Drachen und Tränen Teil 1! Beginne von vorne! Ich nehm' erstmal ne Fackel! Ich nehm' auch ne Fackel! Du ziehst die Fackel aus den Wandhalterungen und öffnest die Tür! Vor dir... Was? Erstreckt sich ein dunkler Korridor, dass ich in dichtem, finsteren Schwarz fälle jetzt! Weißt du was ich gerade ernsthaft für ne Idee hatte? Hm? Zurück zu laufen und die andere Fackel zu holen! Aber ich glaub' ich geh' lieber weiter! Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass eine Fackel allmählich ausgeht! Was machst du? Leute, bei mir steht was anderes! Achso, ich bin weitergegangen! Ach ne, hier! Suche nach geheimen Türen! Geh' weiter! Geh' weiter, genau! Du rennst vorwärts! Und Bethes... Bethes... Bethes zu den 31 Göttern des Dias... Bethes zu geschrieben? Ja, anscheinend! Komisch! Dass deine Fackel nicht ausgeht und zum Glück geht's hier auch nicht aus! Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht! Uh! Ein bläuliches Schimmern erhellt den Korridor vor dir! Du hörst das Geräusch eines großen Felsen, der auf Stein reibt! Was machst du? Oh! Benutz Magie! Oh ja! Du hörst keine Magie! Was machst du? Was wirst du tun? Zieh dein Schwert! Du spürst, dass etwas sehr Böses durch den Korridor auf dich zukommt! Während du wartest, fällt eine lockere Sternplatte von der Decke! Sie landet auf deinem Kopf und... Ja, schon wieder das Genick! Du bist tot! Boah, wie? Boah! Beginne von... Boah! Ich... Geh' das? Du bist zu klein, um durch das Loch zu gehen! WTF? Was zum... Dann nehm' ich halt die Fackel! Nehm' ich halt die Fackel! Nehm' ich halt die Fackel! Geimtüren! Es gibt keine Geimtüren! Und ich geh' weiter! Dann, äh... Geh' ich weiter! Während du dich auf das bläuliches Schimmern zubewegst, das... das erinnert mich irgendwie an Amnesia! Boah, du noch mit deinem Amnesia! Schleichwerbung! Geht der Korridor in eine größere Höhle über... 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 Und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen! Der Raum wird von einem riesigen... Leuchtenden See erhüllt! Leu, seit wann leuchtet ein See? Einhorn steht am Ufer und trinkt! Was machst du? Töte das Einhorn! Ich streichel das Einhorn! Lol, ich hab' gewonnen! Du streichelst mit deiner Hand sanft die Mähne des Einhorns! Es wirrt leise und schnüffelt an deinem Kopf! Mit dem Horn sticht es in dein Auge! Und du springst voller Schmerz zurück! Dabei stolperst du über eine lose Bodenplatte! Was haben die mit der Bodenplatte?! Du stürzt und bricht dir das Gelegt! Was ist das denn für ein Fuschbau, ey?! Du musst das töten, dann gewinnst du! Ich schau dir das... schau dir das Einhorn an! Es sieht aus wie ein Einhorn! Töte das Einhorn! Du hast gewonnen! Vielen Dank für Spielen von Drachen und Tränen! Teil 1 der Trilogie! Wirbelnde Finsternis! Spiel verlassen! Wir verlassen! Das war toll! Besser als Saints Row! Ja, echt mal! Daraus könnte man könnte ich klappen! Neues Sinnlos Letzt-Play machen! Kannst du dich auch nicht bewegen? Ne! Oh! Ja! Ich bin ne Toilette mit... Zip! Das sieht voll lustig aus, als ob da so ein Stück Scheiße aus der Toilette kam und schießt! Ja, ist doch so... Kot-Granate! Ich bin gut! Baum! I am the greatest! Mhm! Kommt dir gleich nochmal so was? Kann man damit eigentlich Special Moves machen? Als Toilette? Glaube ich schon! Warte, ich guck mal! Loll! Ich will auch mal! Hey, da hinten steht... Ey! Weiß! Ja, Spielkameraden! Ach man, jetzt bin ich keine Toilette mehr! Hä? Was zum... Ich schlage! Legge! Legge auch! Ah, Sanduhr! Ah, Sanduhr! Verstehe! Was ist das denn für ein Assi-Spiel? Wo ist denn bitte die Sanduhr? Äh, mitten auf dem Bildschirm bei mir! Ja, aber... Was müssen wir machen? Warten! Warten! Jetzt ist sie weg! Jetzt können wir wieder... Ah, da ist sie wieder! Am besten einfach stehen bleiben und auf alles schießen, was sich bewegt! Außer wenn ich sterbe! Ich bin gleich tot! Ich muss sorry kommen, aber es lacht! Jetzt! Aua! Ich bin tot! Komm zu mir! Das ist fein! Ich bin auch tot! Wuii! Nein! Ja, Leute! Ich bin nicht durch die Luft geflogen bin! Nö, ich habe gesucht, wo deine Leiche ist! Die war in der Luft, als du geklaut hast! Hust, hust! Ja! Wow! Jetzt will ich auch mal einen Special Move machen! Komm, komm! Na! Teleportiert euch nicht ständig weg! Da! Da! Hinter dir! Oh! Hahaha! Das sieht dämlich aus! Wo sind die hin? Hm! Love! Oli, love! Irgendwie gleich bin ich auch nicht so... Ah! Gesundheit! Achso, das war ja ich! Gesundheit zu Stück! Danke! Ja, ja, die Pollen! Nicht die Polen, sondern die Pollen! Pollen sind diese komischen gelben Dinger, die aus Pflanzen kommen! Oder Blumen! Oder Bäumen! Moment mal, das sind doch alles Pflanzen! Ich meine, du Stück! Du hast so... Au! Loll! Ich habe geblutet! Meine Toilette hat Blut! Au! Ich blute! Ich will auch! Warum? Fliege ich nicht! Moment, ich schieße mal auf dich! Hahaha! Ich will fliegen! Achso, du bist ein Level höher! Ich glaube, du hast Puppenflug ausgeschaltet! Per Perk! Schküll! Ich schlage! Oli! Wir haben 1 und 1! Oli kann nicht mehr reden! Oli ist beschäftigt! Hallo! Hallo! Wo schießt du? Wo schießt du? Da schießt du! Du musst einfach rumlaufen, dann treffen die dich nicht! Ich kann ja nicht laufen! Ah doch, ich kann! Oh! Weiß nicht! Tut mir leid! Ja! Ja! Aber wo müssen wir denn bitte hinlaufen? Wir müssen alles totmachen, glaube ich! Weil die haben so Zeichen über den Kopf! Das sagt, bitte töte mich! Ich bin böse! Ich bin fast tot! Ich mehr! Entschuldigung! Mann! Au! Die treffen mich immer! Nein! Scheiße! Das sind viel zu viele Feinde! Das ist scheiße! Vielleicht sollten wir irgendwo... Halt die Klappe! Vielleicht sollten wir irgendwo schnell hinrennen, wo wir uns ein bisschen ducken können und so! Alter 4! Teamarbeit! Seid ihr bereits? Teamarbeit! Hey, ich bin rot! Ach ja, ich habe ja jetzt auch eine andere Stimme! Ich nicht! Warum leckst du? Warum leckst du? Tue ich gar nicht! Nicht du, dieser Typ hier! Achso! Oli! Oh, das warst du! War ich gar nicht! Alle, die das sagen, waren es! Headshot! Welche Stadt, Junge? Hast du dich mal umgesehen? Das hier ist... virtuelle Welt! Saints Row, Bitch! Saints Row, Bitch! Guck mal! Saints Row, Bitch! Saints Row, Bitch! Oh, hör auf zu schießen! Wo bist du? Da bist du! Das ist ein Smiley! Wo? Das ist ein Smiley! Wo? Hier ist ein Smiley direkt vor mir! Hä? Komm, guck von dieser Seite! Vielleicht siehst du den dann! Wo? Da! Siehst du kein Smiley auf dem Boden? Auf der Festplatte hier oder darunter? Auf der Festplatte! Ein Smiley auf der Festplatte! Bin ich zu blöd, den zu sehen? Also, ich seh den hier! Warte, ich stell mich mal drauf! Ja! Da bin ich jetzt drauf! Siehst du mich nicht, oder was? Hier ist keiner! Bei mir! Bei mir ist hier ein Smiley! Loll! Na komm, wir laufen! Ich will auch schmalen! Ich bleib hier! Wow! Laufen! Laufen! Au! 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 Irgendwas schießt auf mich! Du schießt auf mich! Nein! Nein! Nicht du, sondern du, du! Achso! Du! Na 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 na! Ich bin hier hoch! Boah! Weg! Allesamt! Weg! Fuck! Ich sterb gleich! Ja, deswegen musst du auch laufen und springen und... Laufen und springen! Dreh dich! Tanz und dreh dich! Springen und dreh dich! Beim wilden Tanz! Entschuldigung! Oh, ich sterbe gleich! Ich auch! Ach ne doch nicht! Ich hab volles Leben! Wie kommt stimmt, dass ich volles Leben hab? Hey! Ich glaub wir sind gleich fertig! Doch volles Leben! Stirb doch einfach! Ah! Ah! Wir sind nicht gleich fertig! Doch sind wir aber ein bisschen anders als ich gehofft hatte! Wenn das so weitergeht sind wir nämlich gleich fertig und zwar richtig! Au! Ich hab mich getrefftet! Stirb! Das ist das Beste du kannst, Agent Kensington! Ich bin nicht Agent Kensington! Ich bin da besser! Ich bin da besser! Hehehehe! Loll! Ja! Äh! Geh weg! Wieso kommt die alle zu mir, Oli? Wie lenkt man will? Was? Oli! Mach's weg! Au! Weißt du was das coole ist? Was denn? Den Panzer schalten wir frei! Oh der ist toll! Das sieht aus wie Feuerwerk wenn man nachts damit in den Himmel schießt! Das sieht von groß aus! Und warum bin ich rot? Ich will rot scheinen! Hehehehe! 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 Nochmal! Hehehehe! Mach mal Beleidigung oder Kompliment! Du 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 das war auch so behebt wie du wohl geht ich kann das egal ist gut machen ich bin Prozent so mit dem mit dem die Welt nicht wirklich oder steht wer jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr doch das steht noch aber kommt ihr denn her Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Schlumpfhausen ist voll der Puff, die haben nur eine Frau. Die ist wieder ein Smiley. Wo? Da. Du siehst kein Smiley, oder? Hä? Hä? Ich sehe hier Kreise in Kreisen, aber kein Smiley. Ah! Wo, wie das aussieht. Wo? Lol. Ach, ist hier wieder eine Connection? Ah, nee. Tasten verkehrt herum. Scheiße. Ich mag das nicht. Das ist ein Allegory für die Inhumanität. Das ist ein Mann. Es ist ein sch***er Vampire. Lol, der Typ guckt GZSZ und sowas. Ich muss dich erinnern, dass du dich schreibst. Vorher zieht hinter dir, Oli. Oli, hier ist Widerstand. Mann, das nervt. Nase juckt. Aber worauf schießt du? Ah! Oli, mein PC ist kaputt. Lach nie so dreckig. Guck mal unten. Was steht hier? Null System. How called you let Johnny die? Lol. Lies mal die Fehlerberichte. Null System. CTL encrypted. How called you let Johnny die? Root, root, base, 9, root, 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 root. Okay? Drück keinen Knopf, um vorzufahren. Knopf. Oh, hör auf, PC zu. Jetzt hätte ich eiskalt den Powerknopf drücken müssen. Ich wollte dich nicht mehr. Oh, da will ich hoch, da ist rot. Wart auf mir. Wir kommen. Dann komm halt. Nein! Bleib hier. Jetzt. Neul, komm. Das ist ne Arsch, weißt du das? Mhm. Kommt raus! Glade. Oh mein Gott. Mama, bist du das? Oh, ich bin Gott. Das fies Neinhorn. Wie, da nicht. In der realen Welt, du bist nur ein B*** mit einem Kabel. Ich will, ich will streicheln. Ich will ein Kind von ihm. Hier, du kannst mich nicht bewegen. Du bist sicher über das? Ich, einfach nicht sterben. Tschüss. Darf ich dich in Steam adden? Wo ist er hin? Da. Da doch. Wo ist er hin? Da ist er ja. Leer, leer, leer. Uh. Pats. Fällt mir, fällt mir. Was machst du denn? Geh runter. Uh-uh. Was muss ich drücken? Die da. Ich muss gar nichts machen. Ich muss nur zugucken. Boah, du fauler Sack. Guck mal, ich reiß dir die Flügel raus. Jetzt sieht er geil aus. So ein Ägypter, ey. So eine Anubis-Statue-Dingens. Hm. Ah. Ich warst tot. Lauf hin, lauf hin, lauf hin und töte es. Willst du? Hm. Ich guck hin. Vom Arisch hoch. Mach's Spaß? Ja. Was hast du dem rausgerissen? Gar nicht, ich hab den nur angeschossen von hinten. Ah. Nur von hinten kämpfen, was anderes kann Oli nicht. Ah, au. Loi, was war jetzt kaputt? Pfeife. Ja, Mann, ich bin rot. Oh, geil. Pats. Au, au. Lass mich, ich bin kein Feind. Haha. Da auch bist du. Mini Feind. Lol, drück mal die Scroll-Taste rein, falls du eine hast. Au, nicht auf mich. Da tut doch weh. Ey, der schießt immer noch auf mich. Danke, danke. Bitte. Du bist ein Arsch. Hahaha. 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 Oh, guck mal. Das macht Spaß. Guck mal. Yay! Hahaha. Yay! 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 ich bin aber auch eine kniescheibe bürgermeister wird ja du hast die angepustet na na au denke wirklich ihr habt eine schoss gegen uns hey jetzt sind wir aber nicht mehr rot jetzt sind wir so schwarz von vorher 0 jetzt sehe ich wieder rot aus ich bleibe hier wenn ich hier stehe bin ich rot ich will auch ich lenke die sauer ab ok wo ist er hin da hinten jetzt gestorben wer ist gestorben ich war noch am leben ich auch lol bei mir war mir ein bisschen rot du machst unfug aber war ich gerade nackt au 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 hör auf mich an zu pusten ich kümmere mich um ihn stürm du ding stürm du stück ich guck zu kampf der titanen bürger der schießt ja mit kugeln der penner frisst das so das geworden peter du bist fast tot ich weiß ich gehe jetzt auch mal einen schritt weg regenerieren wir uns wieder ja tun wir für dich aber ich bin gleich tot ich muss weg wo der brüste da ist er muss ich was machen aber ich muss schon wieder wieso immer ich ich bin hier hat bei mir kein schwer mehr läuft hö hallo mich back das auch nicht faust zugucken haust und kick Das war immer noch ne Faust. Boah, halt die Klappe. Oh Gott. Fatz. Na, gefällt dir das? Willst du nochmal? Willst du nochmal? Hier. Das magst du nicht. Das gefällt dir. Ganz ein feiner. Hab ich das gut gemacht? Mhm. 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 Guck mal da, Issa. Emo. Bye Matt. Ah! 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 Ich kann deinen Namen aus. Pröve, dass du nicht das Briege verrat hat. Ich bin sicher, dass du das herausfassest. Ich habe das Welt auf meinen Bein. Es ist etwas vague, Matt. Du musst besser machen. Du sagst mir den Namen einer Firma und es wird die Geburt des Saints. Du hast dein Empires zurückgebracht und ich werde weggehen. Ich denke mal Auto, weil Waffen haben wir ja schon alle. Im Prinzip ist das ja auch egal, wir haben Geld wie Heu. Heu, Heu. Wegen Genki. Der hat sich auch lange nicht mehr klicken lassen, ne? Ich glaube, der hat die Schnauze voll. Kaum kommt er raus, kassiert er. Ich gieß mir Tee ein. Da ist Kronk. Der Tee riecht nach Darjeeling. Der Tee riecht nach Darjeeling. Das ist schön, aber ich denke, dass es Zeit für mich weitergeht. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen Angst, dass ich... ...wäh, sterben. ...wäh, sterben. Ich stehe in einem demandenden Arbeitsplatz. Maddy, ich empfehle mich, wie du deine Konzerne mitgebracht hast. Ich meine, die Art, wie Viola und Kiki hat ihre Erinnerungen gemacht, hat mich einfach jemanden zu töten. Oh, absolut. Well, I've got a flight to catch, so... Maddy. Oh, Gott. Schwul. Wer jetzt? Wer da? Ein Bild. Da sind Haufen Leute im Bild. Weros Lungen im Bild. Vielen Dank.